Tomata. Natürlich können kleine Bären schwimmen. Wie alle Säugetiere ist das angeborenes Verhalten. Unsere Bärchen sind jetzt vier Monate alt. Haben ein Gewicht von 13 bis 14 Kilo erreicht. Sie fressen jetzt schon ganz fleißig mit. Sie essen auch Fisch und Obst und Gemüse mit. Nicht nur ihren Reisbreit, den lieben sie ja schon etwas länger. Sie entwickeln sich ganz prächtig, haben das Gehege von oben bis unten erkundet. Mittlerweile werden sie auch schon mutiger und entgehen auch mal von der Mama weg. Es läuft also super. Wie tief ist das Wasser hier? Da, wo er so hüpft, sind das ungefähr 40 Kilo. Und nach vorne wird es dann richtig tief. Drei Meter. Die gehen morgens raus um 8 Uhr und bleiben meistens bis kurz vor Parkschluss draußen. Und kriegen dreimal am Tag eine Mahlzeit mit der Mama zusammen. Morgens auf der Anlage gibt es Obst. Und ab und zu mal ein bisschen Honig. So kleine Leckereien. Mittags gibt es die Schaufütterung mit Fisch und Gemüse. Und abends gibt es dann nochmal, wenn sie ins Bett gehen, Reisbrei. Und heute gab es jetzt mal Erdbeeren. Vor mir einfach nur ein paar Wochen rausgesst, nämlich Frau-List-Dein-Dein-Dein-Dein-Dein-Dein-Dein-Dein. Und wenn sie ins Bett gehen, dann dieguhre. Und wenn sie auf LeckernIs in der Nähe gibt, dann platziert natürlich nur so. Sie werden heute Abend hier schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.